Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Ich würde sagen, ich fange direkt mit den Kommentaren von letzter Folge, ne von vorletzter Folge von Dinom an, denn die kamen leider zu spät. Die von Micha übrigens auch. Da hat den Micha geschrieben. Machen wir erst die von Micha. Also deine Stimme klingt auf jeden Fall anders als sonst und meinetwegen musst du uns auch keinen Ausgleich geben. Wenn du nicht aufnehmen kannst oder möchtest, dann ist das okay. Machen wir direkt weiter mit Dinom. Also ich meine, ich habe ja jetzt eine 2 Stunden Folge gemacht. Da ist es okay. Dann machen wir wenigstens das. Die wird jetzt wieder normal. So, machen wir weiter. Ich muss ein bisschen die Kommentare durchrushen, weil das sind jetzt dadurch ein bisschen viele. So, jetzt kommen erstmal alles Dinom-Kommentare. So, also entweder stellst du den Steinmetztisch wieder rein oder viel, viel näher an die Steine draußen. Also er steht drin und viel, viel näher an den Steinen. So, was haben wir denn noch? Ah, sorry. Ist irgendwie komisch, ne? Wenn ich gerade so nach dem Essen, ne? Da kriege ich ultra den Hustenanfall nach dem Essen. Ich weiß nicht warum. Also das ist extrem. So, ich bin dafür, bei allen Produktionsräumen die Türen offen stehen zu lassen, solange es noch keine Autotüren sind. Hier mache ich es nicht. Wobei, hier mache ich es doch. Ne, wobei mache ich es nicht. Ich habe ja hier extra die Lagerfeuer, damit die Pflanzen länger halten, wenn ich hier erhitzen muss. Den werden wir auch safe ins Notfallration. Den anderen können die nutzen. Wir können ja den auch noch dann als Notfallraum nutzen. Wobei, durch das Brot, weiß ich nicht, ob wir noch Notfallration brauchen. Weil Brot an sich ist ja auch schon eine kräfte Notfallration. Egal, machen wir jetzt mal weiter im Text. Achso, hier aber wieder, ne? Hier, so. Warum verbaust du so viele Ventilatoren in den großen Räumen? Ist das notwendig? Schwimmen wir im Stahl? Was heißt notwendig? Nein. Wobei, so ein bisschen schon. Weil die Ventilatoren, die sind halt nicht so, ne, guck, man sieht es ja hier schon. Hier ist ein Unterschied. Und das ist ein kleiner Raum. Und hier, das ist ein großer Raum. Und wir haben vier Ventilatoren. Und man sieht den Unterschied. Also, ihr müsst dann auch hier rechts gucken, ne? So, weiter im Text. So, hey, danke für die Folge. Trotz Krankheit. Du brauchst, finde ich, gar nichts ausgleichen. Einfach weitermachen, als wäre nichts gewesen. Hä? War was? So, gib der Landfläche bitte mal einen coolen Boden. Der Landefläche? Ja, aber die ist ja nur provisorisch. Aber okay. Na provisorischen Landefläche einen coolen Boden geben. Ja, dann machen wir unseren Standardlandeflächenboden, weil der einfach am besten ist. Sind das die Platten, die ich sonst immer nutze? Die sieht anders aus. Egal. Passt du hier überhaupt ein Haar rein? Ja. Marmor, das heißt, drin bauen wir mit Kalk. Ja, okay, dann machen wir es aber auch richtig, ne? Dann machen wir es, wenn wir es so machen, dann machen wir es auch richtig. Und ziehen auch, wir schwimmen ja im Stahl. Also, ich bin für eine Tür vom Produktionsraum zum Steinbruch, damit sich bei Bedarf auch die Steine direkt da rausgeholt werden können. Ich hoffe, die können da durchgehen. Ich kann sein, dass ich jetzt ein bisschen vom Mikro wegreden muss, weil ich habe jetzt beide Folgen offen und die eine ist so weit rechts jetzt, damit ich die andere noch sehen kann. Deswegen muss ich ultra weit nach rechts gucken. Das kann ich nicht mehr mit Schielen vorlesen. Da muss ich den Kopf drehen. Und deswegen spreche ich jetzt schräg ins Mikro. Ich hoffe, das ist okay und nicht so schlimm. So, warum brauchen wir einen Forschungsraum? Wir haben doch keinen. Aber später werden wir ja hier wieder die dicke Forschungsteile bauen. Der Tisch steht doch gut da, wo er ist, oder? Ja, aber wir bauen ja später mehr. Also, wir bauen ja nicht nur den, sondern dann kommen wieder die hier und der. Und die hier, ganz viele und die hier. Also, so können wir es natürlich lassen, aber das wird ja mehr noch. So, ich denke, mehr Zimmer sind wichtiger. Gefängnis, Spielzimmer, Gästezimmer, Kolonistenzimmer auf Reserve, weitere Nahrungszimmer, Baumplantagezimmer. Also, ich sage es jetzt nochmal, auch wenn ich es schon dreimal gesagt habe. Es ist unmöglich, dass wir normale Bäume pflanzen können. Die einzigen Bäume, die wir pflanzen können, ist Eisenholz. Also, klar, Bambus und Eisenholz. Wo ist es? Da, Eisenholz. Aber es ist leider nicht möglich, vielleicht mit irgendeiner Forschung, aber bis jetzt ist es nicht möglich, obwohl wir Bäume geforscht haben, normale Bäume, die normales Holz geben, drinnen anzupflanzen. Und draußen ist zu kalt. Also, und Eisenholz bringt halt nur Eisenholz, ne? Damit können wir aber nicht heizen. So, wo waren wir? So. Komisch, das hat Joghul jetzt auch schon geschrieben, denn Dinom hat hier geschrieben. Und schöne Grabkammern mit Sarkophagen wäre auch mal toll. Haben wir doch. Ich weiß nicht, das hat ja eigentlich Joghul jetzt geschrieben, aber jetzt hat es Dinom auch noch geschrieben. So, was denn noch? Einmal Bedürfnisse checken, bitte. Es kann nicht sein, dass sich da zwei prügeln und du nicht systematisch die D-Bars durchschaust. Das ist ganz einfach, warum ich das nicht gemacht habe. Weil die, die sich geprügelt haben, waren doch... Das sieht scheiße aus. Egal. Waren doch hier ein Gast mit Micha. Und der Gast hat ja angefangen. Also war der Gast schuld. Aber wir gehen nochmal durchgehen. So, was hast du? Nichts. Gut. Dunkel, wo bist du? Ja, da... Na gut. Eigentlich müssten wir hier mit Fackeln arbeiten, weil das... Na, passt. Eigentlich müssten wir gar nicht... Oh, das waren... Okay, dann waren wir mit der Folge durch. Dann sind wir jetzt bei der neuen Folge. Achso, wir wollten noch alles checken. So, was hast du? Ungrig, dann geh essen. Muss ins Badezimmer, dann geh pinkeln. Gestörter Schlaf. Er schläft. Gut. Dann steh auf. So, was hast du? Sehr hungrig. Dann geh essen. Im Untergrund gefangen. Du bist doch gar nicht gefangen, oder Micha? Ne. Micha, du bist nicht im Untergrund gefangen. Und zum Entspannen gehst du eh raus. Also, warum gehst du nicht raus? Achso, weil der hängt die ganze Zeit nur im Steinbruch. Hm. Ja gut, ich mein... Zum Entspannen muss er rausgehen. Dann muss er halt entspannen. Also, er ist nicht eingesperrt. Er kann jede Zeit rausgehen. Ohne Tisch gegessen. Gut, das kommt drauf an, wo du isst. Aber da können wir was gegen tun. Indem wir einfach so verteilt ein paar Tische platzieren. Einfach so in der Gegend herum. Ah. So, wir waren bei Jo. So, gestörter Schlaf. Ja, für Jo müssen wir erstmal ein neues Zimmer bauen. Im Untergrund gefangen. Das stimmt nicht. Zurückgewiesen von Micha. Ja, da kann ich nichts gegen tun. Warum weißt du auch nichts zurück, Micha? So, ich wurde beleidigt. Von wem? Und mir ist kühl. Wo bin ich überhaupt? Ja gut, aber guck mal. Jetzt können die wirklich von hier durchgehen. Aber ich trage alles raus. So, unansehnliche Umgebung. Da sind wir ja schon dran am Arbeiten. Was hat denn Lelaine? Eingeengte Kleidung. Achso, ja. Weil sie ist nur Diss denn. Dem Plastal behalte ich erstmal. Milch. Und Käse. Oh, ich hätte schon gerne alle Tech-Prints. Gold tun wir auch erstmal weg. Könnte ich mir das leisten? Ja, aber... Da bin ich pleite. Lassen wir lieber. Vielleicht sollten wir Bad Kitty mal ein paar Anti-Baby-Pillen geben. Wie oft muss man die eigentlich einnehmen? Fünf Tage. Wir kaufen ein paar Anti-Baby-Pillen. Oh, die sind aber teuer, ne? Wir holen erstmal 50. Denn wir können uns jetzt hier nicht mit Babys vollballern. Wir brauchen auch noch einen Namen für Rick. Also Bad Kitty und Ragnar, ne? Name für... Für euren Sohnemann. Wie heißt euer Sohnemann? Alter. Rick dir angehen. So, soziale Drogen. Äh... Ich hätte gerne eine neue Richtlinie. Und ich hätte die gern kopiert. Keine Kinder. So, aber jetzt muss ich die alle wieder neu einstellen. Wie nervig. Na, komm schon. So, hier sind die Desserts. So, dann setzen wir Bad Kitty auf. Keine Kinder. Im Prinzip können wir eigentlich alle auf keine Kinder setzen. Aber weil dann die Baby-Pillen weggehen, geben wir das nur Pärchen raus. Wind! Wir brauchen Wind! Und wir müssen unbedingt Stahl kaufen. Mal wieder. Boah, hier Wachstumsrate. 280%. 100%. 280%. 280%. Also die sind gleich. Und die nicht. Ich hab die Wachstumsrate hier nie gesehen. Weil ich anscheinend immer nur nachts geguckt habe. So, dann fangen wir mal mit den Kommentaren der letzten Folge an. Fangen wir bei Jo an. Wie die Folge einfach zwei Stunden lang ist. Was ist denn da los? Affen sind da los. Affen. Haben wir keine Ahnung. Ah nein. Wir müssen die aus so besonderem Scheiß machen. Da müssen wir diesmal Obsidian nehmen. Also wir hatten keinen Strom. Wobei, die hatten die ganze Zeit eigentlich Strom. Weil die nicht so viel brauchen. Aber irgendwie ist der voll viel Licht. Na gut, weiter im Text. Weiter mit Jo. Na klar brauchst du doch Licht. Die Leute sind ja auch nachts unterwegs. Hm. Das stimmt schon. Wieso ist die Lampe größer als die Lampe? Können wir das nochmal irgendwo sehen? Oder ist das... Na hier ist es genauso. Okay, die nach vorne sind immer so. Okay. So, ich hoffe die Hasen sind noch nicht weggerannt. Also ein paar haben wir auf jeden Fall schon erlegt. Eigentlich bräuchten wir genauso viel Tragebots, wie wir Cleanerbots haben. So, weiter im Text. So, mich hat geschrieben, da hatte Jo mal richtig viel Verkehr in seinem Schlafzimmer. Ja, das kommt bei dem nicht wirklich vor, ne? Und jetzt ist hier wirklich, äh, Durchzug. So, was haben wir denn hier noch? So, und wieso will Jo eine Titanium-Tür haben, wenn die sowieso immer offen bleiben soll? Ja gut, jetzt ist ja eine Autotür. So, Heizkörper klingt gut. Ja, aber Heizkörper fangen wir nicht direkt an. Das machen wir mal anders. Vielleicht sollte ich die Badewanne umdrehen. Ich mag das nicht, mit dem Kopf in dem Raum zu sein, sondern es muss mit dem Kopf an der Wand sein. Sonst ist das komisch. So, was ist denn hier noch? Herzlichen Glückwunsch, Spätkitty. So, warum baust du eigentlich keine Solaranlagen, äh, Solarzellen? Weil ich's noch nicht erforscht hab. Nein, Geothermal ist unnötig zu forschen. Hat Chigulias den Kommentar gelöscht? Sehen wir gleich. So, Bad Kitty hat geschrieben, ich dachte kurzzeitig, du hast nun ernsthaft zwei Stunden gemacht. Darauf hat Jo geantwortet. Hä, hat er doch. Jo meint, dass die Folge zwei Stunden war. Aber Bad Kitty meint, glaub ich, weil ich hab ja ganz am Anfang der Folge so komisch geredet und hab jedem eine Stimme gegeben. Und Bad, also ich glaub, Bad Kitty hat gemeint, dass ich jetzt zwei Stunden lang jedem eine eigene Stimme gebe und die miteinander reden. Und das hat Jo nicht gecheckt. So, weiter im Text. Mich hat noch geschrieben, als ob du eine zwei Stunden Folge Rimmolte hochgeladen hast. Ja, als ob. So, Jo hat geschrieben, du stellst dich echt so viel blöder, als du bist. Ein Kompliment sein. Wenn du auf eine Pflanze drückst und du links unten so ein Feld mit Info, wie zum Beispiel Wachstumsrate in Prozent, die sollst du dir, wenn's hell ist, anschauen und mit den anderen Pflanzen vergleichen. Haben wir doch. 100. 100. Boah, da bin ich aber halb verreckt hier, ey. Boah. 100 und 280, ne? Boah. Also, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent wir hätten bei dem anderen Boden. Bei diesem Boden. Wir könnten uns diesen Boden cheaten. Das. Das geht. Sorry. Boah. Da kommen die Anfälle raus. Ey, was ist denn hier los, Mann? Erstmal was trinken. Ah, das Interessante dabei ist eigentlich, ich fühle mich eigentlich tausendmal besser. Gut, ich habe mich die ganze Zeit eigentlich schon gut gefühlt. Aber auch das Kratzen im Hals ist eigentlich schon so gut wie weg. Also, ich fühle mich eine Milliarde Mal besser, als jetzt vor ein paar Tagen, was den Husten angeht. Und ich huste auch viel weniger. Aber wenn ich dann anfange zu husten, dann ist das richtig Krieg. Ne, dann ist hier richtig Action und dann so wirklich extrem, ne? Also, habt ihr ja gerade mitgekommen. So, warum kein Geothermal-Ding rechts oben bei dir? Aber die Sache haben wir ja im Discord schon geklärt. Das hier ist ein Helix-Gas-Geysir. Das ist Chem-Fuel. Also, wir haben auf der ganzen Karte kein Geothermal. So, Titan-Auto-Tür. Hab jetzt schon neu geschrieben und löschen tue ich es jetzt nicht mehr. Ja, hast du wieder zu schnell, wa? Aber hier ist ja noch eine Auto-Tür. Wobei, dein Zimmer kommt ja weg. Also, du kriegst ein neues Zimmer. Das gibt's doch nicht. Oh, Junge. So. Die sind eigentlich so langsam. Ich mach mir jetzt nicht die Sorgen, wenn die sich rächen, dass dann da irgendwer Beef kriegt. Licht im Gewächshaus. Ich hab extra da eigentlich kein Licht reingemacht, aber gut. Meine Güte. Schon ein bisschen nervig, ne? Also, mich nervt's. So, wir können noch viermal Boden. Noch viermal Jade. Und wir machen die Türen schon mal. Oh, wir können wieder Holz kaufen. Und Stahl. Neutramin kaufen wir erstmal nicht. Wir machen's, wir machen erstmal so. Und wir werden das Brot auch erstmal nicht verkaufen. Alter, der hat überlebt. Na, Respekt. So, wir brauchen definitiv noch drei Zimmer. Für Jo und für die beiden Kinder. Das heißt, wir müssen wieder erweitern. Granit. Haben wir irgendwo Granit? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Dafür hab ich dich nicht gerettet. Okay, er kann... Medizin, soziale und geistige Arbeit. Okay. Der wird unser Hauptarzt. Dann du und die anderen kriegen ne drei. Die sind eigentlich nur dafür da, falls ich dann irgendwen brauche, dass ich den klicken kann. Ja, wobei, wir können denen eigentlich ne zwei geben. Ne, wobei, komm, wir geben denen ne drei. Ja, ich würde gerne wissen, was der für einen Wert hat, verdammt. Ach nee, das ist Transport. Oh, ich bin doof. Ich hab die ganze Zeit hier Tee gelesen, dachte, das wäre der Tierpflege. Ich doof. Mega doof ich. Feldarbeit? Ja, okay. Du kriegst ne vier auf Feldarbeit. Ne vier auf Fischen. Ne drei auf Forschen. Reinigung raus. Transport auf vier. Als allerletztes fischt er, weil er macht ja sonst nichts. Aber einen, der mit Feldarbeit macht, ist eigentlich ne gute Idee. So, dann fangen wir mal an. Granit. Granit. So, hier wird ja eine weggerissen. Das heißt, hier können wir ne Tür hinsetzen. So, dann hätten wir hier auf jeden Fall nochmal zwei Zimmer. Machen wir hier, glaube ich, wieder nen Durchgang. Machen wir auf der anderen Seite auch nochmal ein paar Zimmer. Also, wir brauchen eins, zwei, drei, vier Zimmer. Also, wir brauchen eins, zwei, drei, vier, vier, vier. So, dann machen wir das. So, dann machen wir hier erstmal wieder zurück. Hier könnte man noch nen Raum machen. Welchen Raum brauchen wir noch? Wir haben jetzt hier die ganze Werkstatt-Scheiße. Ein Batterienraum wäre noch praktisch. Komm, dann machen wir hier einen Batterienraum hin mit Bot-Raum. Und da kommt auch die Funkstation und so rein. Und dann machen wir hier erstmal wieder. Na, wobei, wir könnten eigentlich den Weg hier mit anschließen. Dass dann auch hier wieder der Weg ist. Dann könnte man später hier noch nen Raum erweitern. Oder sollen wir das... Komm, das machen wir direkt. Wir erweitern direkt. Dann hätten wir jetzt hier noch mehrere Räume, die wir hier nutzen könnten. Okay, wir brauchen noch nen Gefangenenzimmer. Sonst machen wir hier noch nen Gefangenenzimmer rein. Das Gefangenenzimmer würde aber kein Luxus. Wie machen wir das am besten? Das Gefangenenzimmer. Okay, weißt du was? Ich reiß das nochmal weg. Ich würde das gerne so machen, wie ich das Gefängnis bei mir gemacht habe. Also nur die Zimmer, ne? Die kriegen keinen Freilauf oder so. Also so würde ich gerne die Zellen bauen. Das heißt, die brauchen nen Bett. Ich tue es einfach mal zeigen, wie es aussehen wird. Mit Sandstein. Ne, Sandstein nicht. Wir nehmen Schiefer. So, die brauchen nen Bett. Dann brauchen die ne Toilette. Und nen Tisch zum Essen. Wir nehmen Schiefer. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, haben wir drei Zellen, haben wir dann. Klar, hier muss natürlich noch unten weggerissen werden, ist ja klar. Genauso wie hier bei denen. Machen wir jetzt aber noch nicht, weil das wird ja viel wegnehmen. Aber wir haben die Gefängniszellentür noch gar nicht, ne? Die Frage ist, wo sind diese Türen? Ich meine, die waren immer hier oben mit bei. Oh, hier können wir den Boden bauen. Das müssen wir mal ausprobieren, ob das geht. Ich meine, die waren immer hier irgendwo. Ja, diese Props und sowas, das ist auch nur Deko alles, ne? Ich habe mir irgendwann mal einen Mod geholt für Deko. Weil ich mir gedacht habe, dass irgendwer will das bestimmt haben. Da gibt es auch komplett neue Möbel und alles. Aber das gibt es doch nicht. Ich habe vergessen, was ich gerade eigentlich suchen wollte. Äh, nein. Was suche ich eigentlich? Was suche ich? Ach so, die Türen. Genau, die Türen. Die Türen. Ne, die Transportkampseln brauche ich ja nicht. Hm. Habe ich den Mod nicht mehr? Für die Gefängnistüren? Divers. Ich glaube, ich habe den Mod nicht mehr drin. Für Gefängnistüren. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dass der nicht drin ist. Nochmal, nochmal, das kann ja nicht sein. Automatische Türen haben wir erforscht. Das ist mir zu viel Text. Das gibt es doch nicht. Egal, wir müssen weiter mit dem Text machen. Ah ne, wir sind durch. Granit, Granit. Wobei, wir haben jetzt die Wände aus Granit gebaut. Hm. Machen wir erstmal weiter mit Schiefer. Alter, er wurde lang nicht mehr geschlachtet. Was ist denn da los? Aber wir haben einen Haufen Brot. So, hier will ich auf jeden Fall, falls sie ausbrechen sollten, noch einen Vorraum machen. Wo ich dann auch wieder ein paar Geschütze oder so platzieren kann. Dass wir auf jeden Fall mehr Zeit haben. Dass sie nicht direkt in der Basis sind. So, das heißt, wir haben hier viel Schlafzimmer. Wir haben unser Gefängnis. Wir brauchen noch eine Krankenstation. Die können wir dann hier noch mit rein machen. Dann können wir hier auch, also wenn wir hier die Krankenstation machen und hier drüber dann die ganzen Forschungsteile. Dann sind wir auch erstmal ausgebaut. Alter, da wird die erste Tefure ready, ne? Ach, guck mal, hier ist zugeschneit. Ist ja cool. Das wird noch was dauern. Da brauchen wir viel mehr rosa Quarz. Na ja gut, aber dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Tschau! Tschau!